Wir müssen Boot fahren. Wer fällt hier... Wir müssen Boot fahren! Ja, wir könnten theoretisch auch die 200 Meter Quellfeld einlaufen, ist mir Wurst. Ja, wir müssen fahren. Ich fahr bei Christian mit. Das war ein großer Fehler. Alter, verzieh dich doch! Das ist ja so ein Turbo. Leda, du wirst gerade ge... Ja, ja, ich hab ihn gekillt. Ah, ist cool. Ah, ist cool. Was passiert denn, wenn das Ding hier voll ist? Oh, nix. Guck mal, wie alle den anderen hinterher rennen. Das ist natürlich jetzt Nutz. Müssen wir da hoch? Wie hochkommst? Dann kriegen wir hin. Ah! Loll! Was wird das für Geräusch? Oh! Alter, guck mal, wie er abgeht! Alter, verzieh dich! So, weg die Sau. Oh! Oh, Slow-Motion sogar! Nice! Oh, ja! Wo ist Peter denn jetzt da hochgekommen? Tja! Peter ist almighty! Boah, diese nervigen Drecksviecher war! So, da liegt das Gehirn von dem. Alter, wir sind jetzt da hochgekommen. Ich hab die Seife genommen. Ich hab die Seife genommen. Oh, ja, das hast du. Sieht so bescheuert aus, wie Hardy springt ohne Scheiß. Voll geil, Junge. Ist das eine Gatling-Gun? Ja, wartet mal kurz auf... Wartet doch mal kurz auf Christian, ihr Bubis, ey! Alles klar, dann! Komm doch nicht hoch! Ah, doch kommst du! Juhu! Alles cool! Wir sind zu wartet, Peter! LOL! Er guckt... Alter! Der ist Hilfe! Dafür musst du jetzt leider brennen, Hardy. Ja, lasst mich verrecken. Sehr gute Idee. Immer wieder gut. Sehr schön. Ich kann gar nicht. Ich kämpfe gegen so einen fetten Fotzen-Totzen. Jaja! LOL! Ich hab den aber auch mit der Harpune in den Arsch geschossen. Also von daher... LOL! Alles klar. Mehr an Waffen hatten die nicht dabei. Äh, hier ist noch ne Kiste. Hier ist noch ne Kiste. Also ihr beiden müssen uns jetzt... Ja, dann trag du die Scheiße mal hier. Was machst du ein Wixer? 18.000 Damage, 18.000 Damage. Schau mal, geil, ey. Der PiS-Bau. Echt? Gut, dass wir mit zwei Booten gekommen sind. Ehrlich, Leute. Das hätten wir sonst nicht hingekommen. Ja, siehst du mal. Nein, hier steht da jetzt nur noch eins. Eins ist diesbehochend. Ja, hier stehen da beide. Ah, sehr gut. Wo ich dann mal kurz, damit ich soweit laufen muss. Ähm, Leute. Ja? Ja. Wenn ihr M drückt, ne? Ja. Kann halt sein, dass wir noch zwei weitere MGs mitnehmen müssen. Ja, wir können ja nicht alle eins schleppen. Wer haut denn dann die Viecher weg? Aua! Wer sagt denn, dass du noch zwei weitere? Aua, Aua! Ohne Spaß. Weißt du, Heidi, so ein Schützender tut nix, tut der. Ich hab auch auf die Karte geguckt, du kleine Schlumpe. Ja, das sag... Schlumpe? Schlampe! Ja, das sieht halt so aus, da unten, dass wir da... Ja, aber ich glaub, du kannst jetzt zwei von den Positionen aussuchen, wo du da hinsetzt. Genau. Lass doch einfach die vier Stück hier schon mal ins Boot holen. Zwei. Ne, ne, vier. Wie vier? Also vier! Es gibt nur zwei. Waren da nicht noch mehr? Nein! Dann brauchen wir nicht vier. Dann hätten wir mit beiden Booten dahin hingekommen. Weißt du was geil, wenn wir die Dinger jetzt auf das Boot montieren könnten? Oh ja! Ja, warte auf jeden Fall nicht auf Christian. Doch, der steht doch da. Was macht der denn jetzt? Steig doch rein! Ja, tu ich doch. Gib ihm. Okay. Geh, sag mal den Weg an. Wie? Sag mal den Weg, das ist ein geiler Ausfahren, 50 Meter. Willst du aber hinkriegen? Links! Nicht. Links? Links? Links nicht! Okay, wir sind komplett falsch gefahren, Leute. Komplett. Wir müssen umdrehen. Ja, sagt mir ja auch keiner. Ich hab doch gesagt, links nicht! Alter! Also hier lang. Ne. Ne, rechts müsstest du das ja hier sein. Ich weiß gar nicht, wer bei mir steuert, ehrlich gesagt. Hadi steuert. Okay. Jetzt rechts. Hart rechts. Rechts, 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 rechts. Ja, rechts, rechts, rechts. Rechts. Ja, okay. Nicht. Ja, genau so. Und jetzt Weg folgen. Oh, Spaß. Die inkompetent von Hadi kennt echt keine Grenzen. Get it off! Boom. So. Get it off! Die machen ja voll die Festung da raus, die mit den MGs und so. Titanic! Und so. Was ist denn hier? Die, du ugly fuck! Ich muss nach oben. Und so. Jetzt stellen wir das MGs hin. So. Zack. Wo wäre denn sinnvoll, das andere hinzustellen? Ja, ist doch scheißegal. Das ist vollkommen irrelevant. Das ist vollkommen irrelevant. Ich will auch eins benutzen. Du hast das. Ja, zumindest kurz. Das wird keinen, ne? Muss man einfach mal so sagen. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Du gespackt die Tür bei mir. Ich muss da rein. Alter. Ja! 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 Ja, ne? Lass mal wieder verkaufen. Hm. Und reparieren. Oh, yeah. Oh, der Spalter mal, ey. Der hat aber auch ne Wucht. Junge, 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 Junge. Ah, 19 Medikets hab ich jetzt. Ja. Wie viel muss ich überhaupt reden? Oh, okay. Ach so. Die Wixenagelpistole kannst du euch wieder haben. Ja. Hab da Bock auf ein bisschen, ähm, Lautstärke? Alles klar. Oh Gott. Moment. Halte die Stellung gegen die Horde. Okay, Leute. Geht los. Gegen die Horde. Alter! Aha. Wer schmeißt denn die Schöne mit den Dingern um sich? Gut. Versammelt euch. Los Leute. Alter, was ist das denn jetzt gewesen? Wenn jetzt wieder ne Horde kommt? Ja, wir müssen uns vorher versammeln, bevor die Horde kommt. Okay, alles klar. Jetzt kommt die Horde. Ja, genau, Bram. Ach so. Der hat mich endlich geschossen. Hast du die jetzt verballert? Ja, alle. Wo ist denn der zweite MG überhaupt? hier. Hier. Also, ich kann nur ne Belohnung abholen. Da kommen sie! Wow, wie ist jeder kommt? Das war schon mit dem Schuss oder was? Oha. Hier oben sind sie durch. Oh, ich kann auch in die Richtung schießen. Alles klar. Gott. Alles geht in die Luft. Aua, aua, aua. Ich bin von der Mine umgebracht worden. Aber er hat nur wieder 6 Sekunden. Oh, Bram. Dann will ich auch mit dem Geld. Okay. Ich hatte gerade Angst. Können wir noch keine Angst haben. Hier geht schon ganz schön viel kaputt. Loil, jetzt ist die Muni alle. Boah, danke. Jetzt konnte ich überhaupt nichts davon zeigen. Ja, Peter, still dich nochmal dran. Ja. Das drehen wir jetzt auf. Da kommt so ein Fettsack an. Boah, Junge! Oh, jetzt hab ich gerade fest, ich krieg's mich tot auf der einen meiner Hüfte. Ja, ich habe einen. Machen wir nichts von dir. Aber sieh, Junge. Moment, ich habe einen Hammer. Ich benutze jetzt mal einen Hammer. Ruckel, ruckel, ruckel. Ja, gut, der hochkommt, Junge. Hammer-Time. Warum nicht hier denn die Mini hier oben hin? Ja, das war ein Versehen. Geil, Massentrügelei. Jetzt hab ich keine, ich hab keine Aussage mehr. Ui! Ey, da ist doch, da ist doch, da ist doch ein schlechter. Oh mein Gott, komm her. Der hat ja noch genauso viel ausgeladen wie ein Malarzt, Tommy. Die können ja nix, ey. Die haben wir mit Raserei auf den draufgekloppt. Nix kann der. Ja, guck mal an. Jawoll, niedergeschossen, die Drecksauer. Guck mal. Was da alles ist, ey. Manni, Manni. Wartet jetzt. Guck doch mal oben in den Wasserspiegel. Wir haben schon keine Gatling-Munition mehr. Wie leckerlich ist das denn? Ja, aber lass, lass abbauen. Auf die andere Seite. Oh, warte, ich komm jetzt mal raus. Oh nein, jetzt wird hier gebohrt. Alter, jetzt wird hier gebohrt. Alter. Bei dir? Ist das denn im Spiel oder ist das bei dir zu Hause? Ne, das ist hier zu Hause. Egal, bei mir ist der Motor immer noch lauter. Oh Gott. Alter. Ja, dann sollen wir eine Pause anlegen. Ja, jetzt. Jetzt ist es gerade natürlich schwierig zu unterbrechen. Gut, dass ich meinen Ton einzeln aufnehme. Ich behüte mich dann einfach in der Zeit. Ist egal, das machen wir trotzdem. Passt. Stell dir einfach vor, wir bohren jetzt mit so einem... Oh Gott. Oh mein Gott. Ich bin down. Ich bin down. Ich bin down. Scheiße. Komm! Hilfe! Hilfe! Wie was denn? Ich hab zwei Stunden wiederbelebt. Was wollt ihr von mir? Ja, ist doch gut. Danke. Ja, ist doch für euch. Ich hab das Gefühl. Ist halt auch irgend so eine Wichsenmine explodiert. Passiert doch schon mal. Alter, Vater. War vielleicht nicht so krug, wenn man von einem mal eingegangen hat. Ja, richtig. Boah, Alter, ich bin voll auf die Fresse. Ich bin down. Oh mein Gott. Peter revanchiert sich direkt wieder. Nachdem ich mich schon revanchiert habe, dass ich revanchiert hatte. Alter. Alter, das Bohren geht mir voll auf die Eier. Ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren hier. Was? Alter, das wird echt langsam eng, Leute. Ich leg mal den hier vorne hin. Das ist ein Wasserleuch. Ja, nix hin. Okay. Aua. Boah, ich muss bescheiden. Mein Mann, was kommt denn da alles an, ey? Betonungsradate? Oh, oh. Ja, ich stehe doch da vorne drin, Junge. Hallo. Okay, das hab ich gesehen. Das ist doch ein dicker. Sehr gut gewesen. Aua, aua, aua. Erstmal Luft. Ja, ich schieße vielleicht die ganze Zeit auf den Viech, du Vollidiot. Da ist nix drin. Ja. Ist doch blind auf die Augen. Ich hab den Zaun da hingesetzt. Ich hab den Zaun da hingesetzt. Guck mal, wer da kommt. Oh, guck mal. Boah, wie laut diese scheiß Pumpe im Pano ist. Ja, die schieße immer ab. Bist du jetzt hier geworfen? Alter, dran. Oh du Scheiß. Ja, komm, ich stell dich auch noch vor. Ist kein Problem. Alter, ich drück ihm die ganze Zeit 1.000 Akten. Keine Ahnung, 3.000 Schaden rein, wenn ich ihn in den Kopf trat. Aber der macht ja nix. Du bist da unten. Ich glaub, ich bin da. Hilfe. Warte, welche Seite? Ach, von allen Seiten. Was ist denn jetzt? Überall. Boah. Wir sehen die man. Ja doch hier jetzt kommen sie wieder an der Seite. Da kommen sie sonst noch rein sein. okay, optimal. Wir ziehen jetzt auf dem joue Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist doch super. Jetzt kommen wir in alle Richtungen. Oh, oh, loll. Die kommen überall. Die kommen echt überall. Ich habe noch eine Harpune. Aber geil. Wir haben nix mehr. Oh, fuck. Eine Harpune reicht nicht. Jetzt hört er mal auf zu bohren. Penner. Ich dachte gerade, die kommt gerade so ein Zombie mit so einer Kettensäger. Mit so einer Kettensäger. Oh. Scheiße. Ich bin da auch. Leute. Ich bin auf dem Zombie gesprungen. Oh, da kommt selbst ein Mörder. Ja, da machst du nix. Ja, ist klar. Auf meinem Kopf liegen mir viel so Harpune Teile. Ich glaube, da sterben gerade Leute von uns, oder? Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Alter, verpiss dich doch mal, ey. Krasser Scheiß, ey. Wie viel kommen denn da noch? Dann sind so viele, bis der Wasserstand auf Null ist. Lol, hier ist doch ein komischer Batscher. Wuh. Soweit? Ich bin da.